Achso, okay, verstehe. Wir müssen... Ach nee, ist ein Creeper. Der freunde Freund kommt. Sehr gut, Käse. Entdeckung! Naja, ist tot. Okay. Wir müssen hier... Entsprechend... Naja, das war schon mal nicht. Wahrscheinlich gibt das den Rhythmus vor, oder? Hier. Das müssen wir uns vielleicht mal merken, in welcher Reihenfolge das kommt. Ja, okay, dann schmeiß doch mal an und guckst du. Eins, vier, eins, drei, vier, zwei, eins. Also du musst mal laufen während ich hier... Ja, eins, vier. Ah, ich hab schon irgendwo dran gekommen. Eins, vier, eins. Drei, vier, zwei. Eins, vier, eins. Drei, vier, zwei. Und dann eins am Ende. Ja, wieso ist die verflixte Tür schon wieder zu? Drei, vier, drei, vier, zwei. Eins, vier, eins. Drei, vier, zwei. Eins, vier, eins. Drei, vier, zwei. Und eins. Jawohl. Okay, hast du es noch im Kopf, Käse? Eins, vier, eins, drei, vier, zwei, eins. Eins, vier, eins. Eins, drei, vier, zwei, eins. Sehr gut, wir haben es geschafft. Wir sind die Rätselweltmeister. Okay, da haben wir mal wieder ein Rätsel geschafft. Warte mal, hier machen wir mal besser ein bisschen Licht. Nicht, dass es hier wieder gleich rumcreepert wie verrückt. Licht braucht die Welt. Oh, der zompt es. Der zompt es. Da unten zompt es rum und es spinnt auch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, okay. Das gleich jetzt noch in hart. Oh je, mini. Aber das wird jetzt nicht funktionieren. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Was steht denn da? So können wir mal eben, ne? Also, hier, kannst du mitlesen. Danke für den Tipp. Alaimo, die Schaltungen in diesem Raum sozusagen, dass gleichzeitig entweder die roten und weißen oder die orange und grünen Schranken ausgefahren sind. Ohne diesen Hinweis wäre ich in diesem Raum wahnsinnig geworden. Viel Gruß, Chaltress. Gut, da da unten alles voll mit Gesox ist. Die laufen halt auf die Schienen und halten das Kart an. Ja, ja, das ist halt dann natürlich nichts. Müssen wir halt hochfliegen. Ja gut, ich gehe jetzt hier einfach schön durch und hacke das Gesox da klein. Du kannst zumindest... Oh Gott. Irgendwie glitscht irgendwo ein Creeper rum. Äh, hier war einer, ja. Nämlich willen. Stirb. Du auch. Stirb. 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 So. Okay. So, jetzt will ich hier mal munter ein bisschen fackeln. Obwohl es hier ja eigentlich hell genug sein dürfte, hä? Ja, eigentlich schon, oder? Na ja. Machen wir halt mal, gell? Machen wir mal. Schade ich nicht. Schade ich nicht. Schade ich nicht. Man hat's ja. Was? Rot und Weiß und Orange und Grün müssen gleichzeitig. Rot und Weiß und Orange und Grün. Rot und Weiß und Orange und Grün. Okay. Kim Spamish Käse? Äh, ja. So, okay. Rot und Weiß und Orange und Grün. Okay, also. Gut. Du drückst Grün und ich Orange gleichzeitig? Oh ja. Eins, zwei und drei. So, und jetzt gerade umgekehrt. Eins, zwei, drei. Okay. Naja, fast. Und? Und unten und schon oben? Nein. Ich weiß nicht. Oh, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Ach, nee. Ach, nee. Wenn ich auf rot drauf kann, dann kommt gleich Orange wieder und schickt die Binde. Ach, okay. Also, machen wir hier Orange. Heiner nochmal aus. Und Du weißt, Heiner. Und Du weißt Heiner. Und Du weißt Heiner. Und Du weißt Heiner. Teilen wir es nochmal anders. Probieren wir. Ja, auf jeden Fall. Diesen haben wir schon. Also, machen wir nochmal an, oder wie? Ja, probieren einfach jetzt. Ja, du musst schon 1, 2, 3 sagen, Larry. Gut, von mir auch sage ich 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Das könnte klappen. Ah, du blödes weißes Ding. Okay. Okay, nein. Oh, ich brauche mal irgendeine... Hast du ein Bröt für mich bitte? Ein Bröt habe ich ja. Hier wird gebrötet. Ich tausche dagegen einen Gunpowder. Ich will keinen Gunpowder. Okay. So, noch mal was. Ich bin ein bisschen nervig. Okay, nochmal. Auf. Taxiskäse. Au, wacca. Wacca, wacca. Okay. So, auf. Ah, ich schaffe dann. Ha, ha. Na ja, lass uns mal beschmuhnen ein bisschen, oder? Ja, du kannst doch mal fliegen und... Oh, das ist aber so kompliziert mein Game-Motor. In so einem Dorf. In so einem Items-Tümpel. Das habe ich nicht drauf auf der Version. Ach so, das hat er nicht drauf. Ja, das ist wirklich schlecht. Auf, flieg mal hoch. Ich will doch noch ein. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Also, oh, tui. Geh weg da. So. Nehmen wir mal an, wir hätten es geschafft. Also, wir haben ja das Prinzip verstanden. Das war ja auch was. Ja, ja. Wie immer. So, hast du dein Schwert in der Hand? Da steht schon jemand parat. Ja? Ja, ja. Ich hab schon... Oh Gott, oh Gott, oh je. Oh fuck. Oh scheiße. Das war jetzt... Das war jetzt... Das war jetzt gar nicht drauf. Oh nein. Du bist ja noch tot. Wieso hast du das denn? Naja, weil der Creeper mich erst gesprengt hat und jetzt hat mich das Skelett irgendwie... Wo ist es denn? Oh Gott. Oh je, meine. Ja, das war jetzt natürlich ganz ungeschickt, gell? Ja. Äh. Der Klassiker. Der Klassiker. Bist du irgendwo, wo ich landen kann, Käse? Ja, ja. Irgendwo kannst du schon landen. Okay, äh. Jetzt haben wir erstmal den halben Level in die Luft gesprengt. Okay. Ja, und wo sollte dieser Redstone verliebt sein? Hm. Ist ja auch da, Skelett. Reicht das nicht ganz? Bei einem so... Naja, gut, ja. Ich bin aber nett von außen aus. Oh Gott, da kommt was Großes vor uns. Käse. Hat jemand auch nicht gebaut, ja? So. Eindeutig. Hui. Wir haben ganz schön Kram eingebüßt. Oder hast du noch was eingesammelt? Ähm. Wieso? Naja, Nuggets und so. Ich habe zehn Stück. Die lagen doch da rum. Ja, aber die waren hinter mir im Gang, waren auch noch welche. Wie, du hast so 64. Du hast... Cool, unend. Ja, ja. Ja, ich hatte aber noch viel mehr. Was? Ja, ja. Und meine Rüstung... Und hast mir nichts davon gesagt, dass du so viel Geld hast? Ich dachte, das wüsstest du. Nö. Hm. Das wusste ich nicht. Okay. Macht aber nichts. Ist hier irgendwo was? Ne. Sieht nur so aus. Tralala. Gruselig hier. Gruselig. Hast du Angst? Schlüssel und Hinweise zur Verwendung. Okay. Das machst mal du, Freund. Ich. Ja. Hast du? Mit den Schlüsseln und allem? Ja, ja. Okay. So. Dann gucke ich mal. Hier steht was. Wer würde schon einem Gasthausbesitzer in Breel verdächtigen, dass er in seinem Keller ein Portal zum Turm von Thorenfürth besitzt? Einer wird benutzt, um sich zum Gasthaus zu verschaffen, verschaffen zu können. Die anderen Schlüssel werden direkt hinter dem Portal benötigt. Curson. Der gute Curson. Curson Dex. Der Curson. Alles klar. Das ist der Gasthaus Heiner in Breel, oder was? Wo? Ja. Wie? Hieß es, oder? PS. Ab jetzt wieder auf Easy oder Norm L stellen. Okay. Okay. Ah, sieh an. Wo sind wir denn hier? Jetzt wissen wir auch, wo so der Redstone gut ist. Okay. Komisch, aber die Räuberhöhle haben wir nicht gefunden. Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Guck dir das mal an. Jetzt schwimmen hier in diesem Tümpel Tintenfisch oder warum? Oh, meine Güte. Du liebe Watt. Und da spinnt es auch ohne Ende. Vorsicht, Vorsicht. Scheiße. Aber die meint, sie müsste hier mal ein bisschen... Ist so einfach weggeflogen, oder? Ich möchte nur wissen, ob ich hier irgendwo eine Höhle sehe, weißt du? Achso. Ja, also das mache jetzt ich, damit es keiner sieht. Ja, hier ist... Ja, da geht so einiges, aber ich weiß nicht, was es tut. Lass mich mal nicht alleine, Käse. Komm mal wieder. Ja, ich bin... Komm schon. Ich bin gleich da. Ach, da umfliegst du rum. Buff. Ja, ja. Bin schon da. So, Moment, Moment. Kurz wieder nicht kreativ. So. Komm her, du Spinne. Du, ich glaube, du spinnst. Oh, da. Klein gemacht. Okay. So, also dann. Gut. Oh, oh, oh. Black Zombie. Spinne, aber die gute Spinne meint, sie müsste jeden Kaktus hinter uns oben krabbeln. Echt? Ja, ja. Das finde ich gut. Das hat sich selbst umgebracht. Die idiote Spinne. So, wo bist du? Ach, da vorne. Ich bin hier. Können wir eigentlich hier so drüber mal so? Das ist ja wohl legal, nicht wahr? Boah. Vielleicht sieht man ja hier ein bisschen mehr. Oh Gott, wo bist du denn? Au, au. Ich bin hier oben. Sieht man da was? Nö. Nö. Nicht so wirklich. Na gut. Okay. Senior. Au. Mieses Skelett. Okay. Gut. So, vorwärts. So, so, so. Okay. Tempel des Odo. Odo beinahe souverän gelöst. Ja, zu. Ah ja. Also für uns relativ gut, finde ich. Ja, zu 80 Prozent. Ich fand es nicht schlecht. So, gibt es hier den Gasthaus überhaupt? Oh, oh, oh. Zomp. Hier sind wir. Hä, was macht denn der? Der kraft hier den Alten da an. Na, auf damit. Ist da einer drin? Ah ja. Ach so, ja. Tatsache. So, warte, ich guck nochmal, was der geschrieben hat. In Breel doch, oder? Nicht in... Ach ja, stimmt. Wir sind jetzt hier in... Oh Gott. Creeperz? Ja. Ich komme. Es... K-k-k-creep. Oh, Scheiße. Bums. Cholera. Also diese Hürde hier, die ich... Bald ist die nur noch Schrott. Ah. Ja. Mist. Ich sag... Riesenlöcher sind da schon reingesprengt. Ja, ja, wir sollten... Naja. Musst du irgendwie Creeper ausschalten. In Breel im Gasthaus. Okay. Breel. Bre. Ah, Bre. Im tänzelnden Pony womöglich. Ach, ein Creeper. Sieh an. Doch einer. Ja. Und? Nein, nur mal kurz. Durchgeatmet. Okay. Okay. Das Gasthaus war ja zu, ne? Irgendwie hier. Ähm... Bra-ba-ba-ba-ba. Ibudans Shop. Ibudan. Ja, ja, doch. Oder war das hier gar nicht? Nee, das andere war zu. Okay. Did's okay. Das ist das kleine Haus. Ja, ja, das kleine Haus. Ist das überhaupt hier, Bumsdings? Breel? Das ist ja El Bas hier. Richtig. Das ist El Bas. Wir müssen also... Noch weiter zu. Wir müssen also volle Kanone zurück, oder? Okay. Zumindest wenn da Breel stand. Ja, ja, Breel stand da. Was ist hier? Achso. Achso. Ohaha, guck mal hier. Hm. Du darfst hier alles craften, was du in der Truhe findest. Alter. Geht ja voll ab hier. Haben wir voll übersehen, gell? Na ja, gut. Dann sind unsere Diamantenschwerter ja so halblegal. Meins ist legal. Ich hab mir das gekauft. Echt? Ja. Achso. Vielen Dank.